Trepo 1061 Toronto Holzkohlegrill Ein Grillwagen ist aufgrund der Größe eher für einen offenen Garten zu empfehlen als für die Nutzung auf einem Balkon. Der Toronto Grill konnte vor allem durch eine hervorragende Funktionalität überzeugen sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn der günstige Grillwagen ist für unter 100 Euro zu haben. Mit einem Gesamtmaß von 115 x 67 x 107 cm hat der Grill eine angenehme Größe und wartet mit jeder Menge zusätzlicher Funktionen wie zum Beispiel Abstelltisch, Flaschenöffner, Aufhängung und Temperaturfühler auf. Besonders gut gefällt mir die variable Hitzeeinstellung durch Verstellen des Kohlefachs per Kurbel. So konnte die Hitze am Rost mühelos und einfach angepasst werden und sorgt stets für eine perfekte Grilltemperatur. Zum Garen kann der Deckel heruntergeklappt werden und durch die vier einstellbaren Lüftungsöffnungen kann die Temperatur gut geregelt werden. T-Pro bietet auch passend zum Grill eine Abdeckhaube, sodass der Grillwagen im freien stehen bleiben kann, ohne Schaden nehmen zu müssen. Die Reinigung geht ebenfalls gut von der Hand, denn die Roste lassen sich einfach abnehmen und gut reinigen. Mit knapp 40 Kilo Gewicht steht das Modell stets sicher auf dem Boden. Dieser Holzkohlegrill überzeugt auf ganzer Linie durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.